Die Hoffnung, Mark Keller und Ekaterina Leonova bei Let's Dance gemeinsam tanzen zu sehen, schwindet. Nachdem Profitänzerin Ekaterina Leonova und der Bergdoktor, Star Mark Keller bereits für ein Video, in dem viel getanzt wurde, gemeinsam vor der Kamera standen, hoffen die Fans, dass aus den beiden bei Let's Dance in der großen Kennenlernshow am kommenden Freitag, 23. Februar, ein Tanzpaar wird. Unter einem Beitrag auf der offiziellen Let's Dance-Instagram-Seite wird seit Bekanntgabe der Kandidaten und Kandidatinnen sowie des Profi-Casts der neuen Staffel heftig spekuliert. Dem Dreamteam Ekaterina Leonova und Mark Keller steht somit offiziell nicht mehr im Wege, schreibt eine Userin, während sich andere unschlüssig zeigen. Ich dachte, das wäre ein K.O.-Kriterium, und die Tanzpaare müssen sich praktisch neu kennenlernen, so ein anderer Kommentar. Let's Dance Aus der Traum von einer Keller-Leonova-Paarung Im offiziellen Let's Dance-Podcast äußert sich Mark Keller zu seiner Tanzpartnerin. Ekaterin hat schon gesagt, dass es wichtig ist, eine Tanzpartnerin in meiner Größe zu haben. Wenn sie Schuhe anzieht, ist sie einen Kopf größer als ich, so der Schauspieler. Und weiter Für mich ist es allerdings wichtig, dass es größentechnisch passt, und dass sie nicht schwerer ist als ich. Alles andere ist egal. Ich glaube, sie sind alle individuell so gut, da möchte ich keine Namen nennen. Ich freue mich auf alles, was kommt. Übrigens ist Keller der Meinung, dass er es in der großen RTL-Show schwer haben könnte. Ich habe die Staffel mit René Kessely gesehen. Es gibt einfach Jungs, die haben's drauf, so Keller. Ich hätte, Let's Dance, gern mit 27 gemacht. Dann würde ich hier anders sitzen. Mit Christina Henni, Isabel Edwarzon und Renata Lousin fallen in diesem Jahr gleich drei Profitänzerinnen wegen ihrer Schwangerschaften aus. Außerdem wird der zweifache, Let's Dance, Sieger Christian Polanz nicht antreten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.